Hey Leute, was geht ab? Ich habe heute ein neues Video für euch. Und zwar habe ich diesen Look für euch. Heute ist es so eine Art Style and Talk geworden. Ich erzähle euch so ein bisschen, was mir so alles auf dem Herzen liegt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Video, ohne viel zu labern. Let's go! Alle Produkte, die ich heute benutze, findet ihr auch nochmal in der Infobox aufgelistet. Jetzt benutze ich das Karottenöl von Diaderma und gebe mir das auf mein komplettes Gesicht. Ich habe zwar ölige bzw. so Mischhaut, aber ich benutze das ganz gerne, weil es einfach mein Make-up so schön mit meiner Haut verbindet quasi. Und irgendwie früher war mein Make-up halt einfach, ja es hat halt einfach nur so drauf gelegen. Wisst ihr, was ich meine? Und das war halt nicht so schön. Wenn ihr Karottenöl nicht so mögt und vielleicht trockene Haut habt oder so, dann kann ich euch auf jeden Fall noch das Rizinusöl empfehlen. Das mache ich immer abends vorm Schlafen gehen, eigentlich auf mein komplettes Gesicht. Und ich liebe es. Danach ist mein Gesicht immer so schön weich. Dann benutze ich von La Cura, das gab es mal im Aldi, so eine Ampulle. Da ist wohl Hyaluron drin und das gebe ich mir zur Pflege auf meine Lippen. Wie ich schon im Intro eigentlich gesagt habe, soll das ein Style & Talk werden. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, über die ich eben gerne mal reden wollen würde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, wie ich das Video anfangen soll. Also wie ich jetzt mit dem Thema, also mit meinen Punkten anfangen soll. Aber ich fange jetzt einfach an. Und zwar habe ich in der letzten Zeit echt extrem viele Hassnachrichten irgendwie bekommen. So Nachrichten, wo ich mir so denke, so hä, warum? Ich habe circa vor, ja so über einem halben Jahr angefangen mit YouTube und bekomme jetzt schon so Nachrichten. Beleidigungen oder sämtliche Sachen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, weil es halt einfach noch für mich so neu ist. Und ich, ja, ich habe sowas noch nie in meinem Leben bekommen, solche Nachrichten. Deswegen ist es halt eben für mich so schwer, damit umzugehen. Und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich benutze jetzt die P2 Nude Blend Foundation, die mir die Esra geschenkt hatte in dem Tauschpaket. Die benutze ich aber in Kombination mit meinen Catrice Prime & Fine Makeup Transforming Drops. Die mische ich so ein bisschen, weil sie mir ein bisschen zu hell ist. Und die trage ich einfach mit dem Zueva 104 Buffer Pinsel so auf mein Gesicht auf. Auf jeden Fall wollte ich sagen, oh, ich glaube, sie ist ein bisschen zu dunkel, aber es geht eigentlich. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich habe halt gemerkt, dass die Nachrichten erst so angefangen haben, nachdem ich meine Lippen mir aufspritzen lassen habe. Und darüber wollte ich einfach mal kurz mit euch noch reden. Und zwar finde ich, dass es jedem seine Sache ist, was er mit seinem Gesicht macht oder auch nicht. Es gibt Leute, die eine extrem schiefe Nase haben und in der Schule gemobbt werden deswegen und sich deswegen irgendwas operieren lassen. Oder sie an Depressionen leiden, weil sie unzufrieden sind mit seinem Aussehen oder keine Ahnung was. Deswegen könnt ihr keine Menschen verurteilen, weil sie etwas an sich ändern. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie Depressionen habe oder gemobbt wurde oder so wegen meinen Lippen. Also nicht deswegen. Aber ich fühle mich halt einfach wohler mit volleren Lippen. Und ich weiß nicht, warum ich mich überhaupt noch heutzutage dafür rechtfertigen muss, warum ich überhaupt meine Lippen gemacht habe. Aber ich finde einfach, dass beispielsweise der Lippenstift oder ein Lip Liner mit volleren Lippen viel, viel schöner aussieht. Und ich meine, es ist ja auch nicht eure Sache so. Lasst die Leute machen, was sie wollen. Ob sie jetzt sich die Nase machen, ob sie jetzt die Lippen machen, die Titten machen oder keine Ahnung irgendwas machen. Aber Leute, dafür könnt ihr doch keine Menschen verurteilen. Ich meine, es ändert ja nichts an deren Charakter. Und es ändert ja auch nichts an meinem Charakter, nur weil ich jetzt vollere Lippen habe. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt keine Ahnung muss, dass mein Charakter plötzlich ganz anders ist, dass ich ein ganz anderer Mensch bin. Nein, das heißt einfach nur, dass ich vollere Lippen habe und mich jetzt damit wohlfühle. Und ich jetzt glücklich bin und ich jetzt, ja, halt einfach mich persönlich hübscher finde mit volleren Lippen. Ich meine, ich weiß auch nicht, wieso man sich dafür heutzutage überhaupt noch rechtfertigen muss. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch nicht die Leute, die dann einen so fertig machen. Deswegen so, macht doch einfach das, worauf ihr Bock habt und hört nicht auf andere. Macht es einfach. Denkt nur lange darüber nach. Zum Beispiel, ich habe extrem lange darüber nachgedacht, ob ich meine Lippen machen lassen soll. Ich habe echt, echt lange darüber nachgedacht. Jetzt ohne Witz. Über Jahre hin habe ich darüber nachgedacht. Ich wollte immer vollere Lippen haben, weil ich es einfach viel schöner fand und, keine Ahnung, einfach weiblicher. Das heißt jetzt nicht, dass jeder volle Lippen haben muss. Jeder soll so, jeder soll das oder jeder soll sich so akzeptieren, wie er ist. Ich habe mich auch akzeptiert, so wie ich war mit meinen Lippen. Aber ich wollte es halt einfach. Ich wollte halt einfach schönere Lippen. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Aber ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Lust, mich die ganze Zeit und jedes Mal darüber irgendwie recht zu fertigen. Warum? Weshalb? Wieso? Das ist genauso wie mit meinen Haaren. Ich habe mir vor ein paar Monaten oder so, habe ich mir Strähnen machen lassen. Etwas hellere Strähnen, also schon fast blond. Aber war halt schon noch ein bisschen dunkler. Und ich meine, ich habe Beleidigungen bekommen. Ich sehe aus wie ein Monster. Ich würde aussehen wie ein Monster und keine Ahnung was alles. Leute, es sind nur Strähnen. Es sind nur Strähnen, die waschen sich wieder raus, die gehen wieder weg, bleiben nicht für immer. Ich meine, wer hat mir die Haare gefärbt? Ich oder der Friseur? Wisst ihr, was ich meine? Ich war selber nicht zufrieden mit meinen Haaren. Deswegen bin ich auch wieder braun geworden. Und jetzt lasse ich die komplette Farbe, die noch an den Seiten hier so ein bisschen schimmert, die lasse ich komplett rauswachsen, weil ich keinen Bock mehr habe, meine Haare so kaputt zu machen. Und ich werde dann beleidigt. Ich sehe aus wie ein Monster. Ich verunstalte mich oder keine Ahnung was. Das kommt mal alle wieder auf den Boden. Vor allem sind das dann auch noch. Das finde ich wirklich echt traurig. Das sind Zuschauer von mir, die mir sonst immer so liebe und süße Sachen geschrieben haben oder Kommentare oder keine Ahnung was geschrieben haben und mich jetzt auf einmal anfangen zu haten wegen irgendwas. Ich weiß nicht warum. Ich hatte mir zwar voll viele Sachen aufgeschrieben, die ich unbedingt erwähnen wollte, aber ich finde die Notizen nicht mehr. Deswegen könnte es auch sein, dass ich sehr, sehr viel vergesse. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber ich habe eigentlich schon das Wichtigste gesagt. Ich wollte es halt einfach mal loswerden. Ich habe halt auch schon viele Leute gefragt, so Ey Leute, wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit solchen Nachrichten um? Wie geht ihr mit solchen Kommentaren um? Was soll ich machen? Soll ich die Kommentare lächeln? Soll ich die Kommentare da lassen? Soll ich einfach drauf scheißen? Soll ich antworten oder nicht? Oder was soll ich machen? Und es ist halt immer und immer der selber Rat. Das heißt halt immer, ja, ignorieren, ignorieren, ignorieren. Aber Leute, ich bin so ein Mensch, ich kann sowas nicht ignorieren. Es verletzt mich auch und dann sitze ich zu Hause und bin einfach überhaupt nicht mehr motiviert, irgendwie Videos zu machen, weil ich mir denke, ja okay, wenn ich von solcher Kommentare bekomme und solche Nachrichten und so, warum soll ich dann überhaupt noch weiter Videos drehen, wenn es jetzt schon so anfängt? Ich bin, ich kann mich eigentlich noch, also ich kann mich eigentlich noch quasi zu den neuen YouTubern dazu zählen, weil ich eben noch neu bin. Ich habe erst Anfang des Jahres angefangen und bekomme jetzt schon so krass, ja, so negative Kommentare einfach, wo ich mir so denke, hey, was habe ich dir denn getan? Ich weiß es nicht. Ich komme damit einfach nicht klar und ich weiß halt einfach nicht, was ich machen soll, wie ich damit umgehen soll oder keine Ahnung. Ja, ich verstehe auch nicht diese Leute, die dann so hinterm PC sitzen und einen dann dafür fertig machen. Ich meine, das, was man macht, das gehört ja auch irgendwie mit zur Entwicklung, ne? Das gehört ja auch irgendwie dazu und man, man, selbst wenn man Fehler macht, selbst wenn ich in ein paar Jahren mir denke, boah, was sollte eigentlich diese ganze Hyrologen-Kacke damals? Warum habe ich meine Lippen aufgespritzt? Falls ich mir sowas denken sollte. Ich meine, Leute, ich lerne daraus und ich würde es dann nicht mehr machen. Aber momentan gefällt es mir und ich meine, Hyaluron ist nichts, was für immer bleibt. Hyaluron geht irgendwann nach einer Zeit weg. Das baut sich ab und dann irgendwann, nach ein paar Monaten, wenn ich es nicht mehr nachspritzen lasse, habe ich einfach meine Lippen, meine natürlichen Lippen wieder. Es ist ja nichts, was für immer bleibt. Es ist ja keine OP oder sonstiges, was ich da machen lassen habe. Deswegen übertreibt ihr meiner Meinung nach komplett. Ja, ich finde es halt einfach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ihr denkt, wie ihr es seht, aber ja, ich weiß nicht. Ich habe das halt momentan alles so ein bisschen auf dem Herzen gehabt. Ich habe euch übrigens schon auf Instagram gefragt, in so einer Umfrage, ob ihr Bock habt auf Videotage. Und viele haben für Ja abgestimmt. Ich weiß aber nicht, ob hier auf YouTube vielleicht es Leute gibt, die voll dagegen sind und sagen, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall Videotage. Wir wollen keine Videotage. Dann stimmt mal bitte hier oben ab in dem i und macht mal bei der Umfrage mit, ob ihr Bock hättet auf Videotage oder nicht. Und ich blende euch direkt danach noch eine Umfrage ein. Die werdet ihr jetzt hier auch irgendwo sehen. Welche Tage. Und die, die dann die dritt-, also die meisten Stimmen haben, die Tage, die würden wir dann nehmen, falls ihr Bock habt auf Videotage. Ja, ich weiß nicht. Auf der einen Seite denke ich mir, es ist eigentlich von Vorteil, Videotage zu haben, weil dann wisst ihr, wann Videos kommen. Dann weiß ich, wann Videos kommen. Und dann ist alles so ein bisschen geregelter. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es euch gefällt. Und ich möchte meinen Kanal nicht alleine aufbauen. Ich möchte ihn mit euch aufbauen. Und ohne euch würde der Kanal ja gar nicht funktionieren. Deswegen möchte ich, dass ihr das entscheidet und nicht ich alleine. Deswegen stimmt mal bitte hier oben oder hier ab, ob ihr Bock auf sowas hättet. Genauso wie meine nächste Frage. Und zwar habe ich vor, mir eventuell eine Vlog-Kamera zu holen. Aber ich würde sie mir dann auch nur holen, wenn ihr Bock hättet auf Vlogs. Und wenn ihr das nicht mögt oder wenn ihr sagt, ja, wir möchten Vlogs haben, wir möchten sehen, was du so in deinem Alltag machst und so, dann stimmt auch mal hier oben ab und zeigt mir mal, ob ihr Bock habt auf Vlogs oder eben nicht. Jetzt sette ich mein Gesicht mit so einem Puder. Einfach mein komplettes Gesicht setten. Und ja, ich gehe damit auch unter meine Augen. Ich weiß nicht, ob ich bake heute. Ich glaube nicht. Da jetzt mein ganzes Gesicht gesettet ist, kann ich anfangen mit Kontur und Highlighten. Und dazu nehme ich meinen Bahama Mama Bronzer von The Balm und gehe mit so einem abgeschrägten Pinsel ein-, zweimal ganz leicht da rein und gehe so ein bisschen hier so lang. Das wird aber noch alles verblendet. Das ist jetzt alles nur so ein bisschen grob. Gehe ein bisschen an meiner Nase entlang. So, das wird auch noch verblendet. Keine Sorge. Jetzt benutze ich von Miss Lynn diesen Hi from Hawaii Beach Please Bronzing und Contouring Powder. Das ist sehr, sehr, also sehr, sehr orange, sage ich mal. Den kriegt ihr übrigens bei Müller. Also den habe ich von Müller für 5 Euro, glaube ich. Ich habe mir den mal gekauft zum Ausprobieren. Und der ist auch sehr stark pigmentiert. Also einmal reicht total da rein zu gehen. Ich habe, glaube ich, auch schon ein bisschen übertrieben. Aber ich liebe Bronzing und Contouring und ja, all diesen Kram. Jetzt gehe ich in die Anastasia bei Valley Hills Contour Palette und nehme diesen Banana Tone, den es da in der Palette gibt und gehe damit unter meine Augen, um es nochmal aufzuhängen. Dann wurde ich sehr, sehr oft gefragt, was ich momentan überhaupt schulig mache. Also ich fange nächstes Jahr mit meiner Ausbildung an. Ich war dieses Jahr leider ein bisschen zu spät, weil ich noch nicht genau wusste, was ich überhaupt machen soll jetzt. Und ja, ich habe ehrlich gesagt nach einer Schule beziehungsweise nach so einer Ausbildung gesucht. Ja, was mich auch wirklich interessiert und worauf ich dann auch Bock habe in Zukunft. Und ich will halt keine Ausbildung anfangen, die ich dann irgendwie abbreche oder sonstiges. deswegen habe ich ja, so eine Ausbildung jetzt gefunden. Die fängt nächstes Jahr an, geht dann drei Jahre und danach kann ich mich auch sofort selbstständig machen. Das solltet ihr übrigens auch machen. Also habt auf jeden Fall immer was in der Hand. Wir sind momentan am Renovieren. Die komplette Wohnung wird einmal renoviert. Mein Zimmer kommt auf, also kommt nach oben ins Dachgeschoss und das wird gerade komplett saniert. Sagt man das? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist es gerade extremst stressig bei uns. Mein Zimmer wird gemacht, also die komplette Wohnung wird gemacht. Überall, nicht nur mein Zimmer. Und mein Zimmer ist nur leider, also da ist die meiste Arbeit dran, denn es ist halt ein Dachgeschoss und ein Dachgeschoss, was weder einen Boden hat, noch Wände hat. Deswegen sind die da schon sehr, sehr lange dran. Ich habe euch mit meiner Kamera auch schon so ein bisschen mitgenommen und euch so ein bisschen gezeigt und ich wollte euch halt so ein bisschen, ich wollte euch so die Schritte zeigen, wie sich mein Zimmer entwickelt und ja, euch halt so zeigen, wie es dann vorangeht und vielleicht so von jedem Tag, wo irgendwas passiert oder so, wo es irgendwie weitergegangen ist, dann immer so einblenden, dann seht ihr so, wie mein Zimmer so Schritt für Schritt fertig wird und am Ende wollte ich euch auf jeden Fall eine Roomtour. So, jetzt, um einfach mal alles zu fixieren, benutze ich, nein, das ist nicht das Mac Fix Plus. Ich habe da Rosenwasser reingetan mit ein, zwei Tropfen Krautöl. Das sprühe ich mir jetzt in mein Gesicht. Jetzt nehme ich einen Wimperkleber, so einen kleinen einfach, so tupfe das so leicht drauf und dann nehme ich mir auch schon meinen Glitzer von Essence und tupfe das drüber. Einfach. Es soll jetzt nichts Spannendes sein, einfach nur so ein bisschen Glitzer. Also es sollte jetzt einfach nur ein bisschen Glitzer sein, weil wir halt, wie gesagt, heute Abend auf einen Jugendgesellenabschied gehen. Und nehme mir dann meinen Highlighter. Der ist von MAC. Oh Darling. Nehme mir so einen zu Eva Pinsel in der Nummer 105 Luxe Highlight. Tupfe das so auf. Seht ihr meinen Highlight? Ich liebe diesen Highlighter. Ich liebe ihn einfach. Seit dem Tauschpaket mit Essra hat sie mir so ein Blush Geschenk gehabt und seitdem benutze ich den auch immer. Ich weiß nicht, ich bin ja eigentlich nicht so der Blush-Typ, aber ich tupfe das so ein bisschen auf. Jetzt kommen wir zu meinen Lashes. Die sind von Dodo Lashes in der Nummer 100, also D105. Falls ihr euch auch Wimpern von Dodo Lashes kaufen möchtet, dann blende ich euch mal hier irgendwo einen Rabattcode ein. Mit meinem Namen, da könnt ihr ein bisschen Geld sparen. Und ich klebe mir die jetzt einfach mal an. Meine Kamera hat gerade glaube ich entweder abgebrochen oder es nicht gefilmt. Auf jeden Fall sage ich es jetzt einfach nochmal. Ich habe mit dem Lip Liner True Brown K von Kylie Jenner meine Lippen umrandet, ein bisschen aufgefüllt und darüber den NYX Soft Mud Lip Cream in London drüber einfach gegeben. So Leute und das ist auch der fertige Look. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich über so ein paar Sachen geredet habe. Zum Schluss habe ich eher nicht so über irgendwas geredet, sondern eher über meine Schminke. Aber ich hatte jetzt auch nichts mehr wirklich noch auf dem Herzen, was ich loswerden wollte. Das war eigentlich am Anfang alles, was ich euch sagen wollte. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Und wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach um freuen und natürlich auch über ein kostenloses Abo. Und ja, ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zu meinem nächsten Video. Ciao!